Hi Leute und willkommen zurück zu Octopus Traveller 2. Wir haben hier oben eine Kiste gefunden, die wir auch gerne haben wollen, aber hier scheint ein Monster zu sein. Wir probieren es trotzdem mal. Spürst du eine mächtige Präsenz? Warte gehen? Ja. Mal gucken, was da ist. Jetzt auf uns wartet. Ist das ein Kogodil mit Kana? Wow, ist gelungen. Der Eingefall ist nicht so stark, aber da müssen andere Sachen drauf. Was geht mit ihm? Okay. Ähm. Lanzer schon mal nicht. Solche? Bitte? Nein. Okay, ähm. Verhandlung. Das ist schwer. So, Chat. Bogen ist ja schon mal was. Vielleicht noch eine Axt und dann... Ach, das habe ich doch gerade... Äh, ich wollte noch mal nochmal benutzen. Schwert. Okay, Schwert und Bogen, also keine Axt. Was heißt Bogen? Ähm, wir gehen lieber nochmal. Erstmal ein bisschen sicher. Ja, das kannst du auch gebrauchen. Schaden ist aber okay. Brechen lassen will er sich nicht. Oh, der geht ja ab, ey. Okay, ähm. So, jetzt pustet er sich wieder um zwei hoch, ne? Okay. So, was wenn ich einen D-Buff raufmache? Singt das dann auch? Alter, ich verstehe. Wir sollen das runterboxen. Ähm. So, wir haben zum Glück, drei Leute, die effektiv sind. So weit ist schon das auch schwer, ne? Hm. Haben wir sogar noch mehr. So. Wenn stark ist er nicht, aber... So, jetzt kann ich den Köln schon brechen. Wird mir aber nicht viel, ne? So, ja. Jetzt mal eine Runde Ruhe vorlegen. So, Apotheker. Hm, keine authentische Kraft nehmen. Hab' aber noch nicht. Ich bin zwar nicht viel. Aber wir wissen, ob du schon direkt im gelben Bereich kommst. So, Behandlung. Schauen wir. Ja. Nein, gut. Schieß einfach mal so drauf. Können wir unsere Punkte nochmal wieder ein bisschen... Erhöhen. Er startet mit einem neuen. Oh, toll. Oh, er blockt sich auch noch. Was ist denn mit? Oh, dann habe ich wohl nichts mehr, was ich immer angreifen kann. Ähm. Okay, ein instimmst. Oh. What to do? 恐 grateduhan aus. Ich bin gratis. Was ist denn das? Nö. So, ähm. So, eigentlich. Ich will den BP komplett auf. Ach so, jetzt nicht. Hat sich nicht verkehrt jetzt? Dreck zu nutzen? Problem ist, dass so Shad halt, äh... Machen die Klafen gar nicht. Ich muss ein bisschen unten halten. Irgendwie. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Nö. Flieger. Ja. Baby, hör mal. Ich war erst im gelben Bereich schon. Nice. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab meine Gefang. Ich hab ich nicht. Ich hab meine Gefang. Ich hab ja nichts mehres. Das klingt nach meiner große Kraft, aber... Na toll, das kann ich nichts machen. Ähm... Ist da lange nichts? Toll, der ist jetzt direkt dran. Oh Gott. Ähm, ja. Ich brauche GP. Einverbünden. Wie es jetzt drauf geht hier. Hat er wirken können? Ja. 12. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 5. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 4. 5. 6. 5. 5. Muss nicht sein, dass sie jetzt drauf gehen. So, Botheker. Verhandlungen auf sich selbst. Eine Hand. Auf sich selbst. Ach, es hat keine Hand gemacht. Oh, wie doof. Wollte auch einen Wecklauf hauen. Egal. Genau, der Hex. Ähm. Verhandlungen. Uh. Ja, das bringen wir jetzt nichts. Ja. Nehmt auch nichts. Kann mal wieder zwei Schilde drauf nehmen. Der Fehler hätte wohl gereicht, oder was? Mal wieder. Geil. Okay. Kann ich meine Achse probieren? Ja, darf ich, bringt noch nichts Na gut, wir können hier langsam runter Das ist mir nicht so schlimm Tänzer Irgendwann Ja, wir Oh shit Dann müssen wir jetzt einfach so drauf hauen Geht ja auch Ja, ich komme da nicht dran So, Apotheker Behandlung Tisch hier Mein Apotheker sieht ja ganz cool aus, ne? Kann ich ja das sagen Oh, hauen rum Das ist ein K-Hit Das reicht nicht Wow Das hat gereicht Okay So Sehr schön Oh, schön Da bleibt mitnehmen Hä? Da bist du Äh, einen Gigantes zu besiegen Meine Hoche Achtung Wo ist meine Küste? Da bist du Mein Besten Dank Obendrauf Denn du hast mir ganz Sicher das Leben gerettet Versuch Meine Erkundung vertiefte Dass ich gar nicht bemerkt habe In sein Revier geraten zu sein Archäologe George Lazuli Okay Äh, welch ein Unrühmliches Ende Das doch für mich Den großen George Was Lazuli gewesen wäre Gib mal eine Kiste Wer es sein soll fragst du? Das will ich dir wohl sagen Ich bin ein reißender Archäologe Wenn auch nicht sonderlich bekannt In der Welt Der Gelehrten Wie ich leider zugeben muss Aber wie auch immer Wenn ich Wenn du mich etwas fragen möchtest Dann stehe ich gerne Rede und Antwort Sag mal, wo die Kiste ist Ah Was ist denn da? Was? Instant Tank Kralle? Instant An Kralle? Keine Ahnung Was ist das? Instant Tank Keine Ahnung Ölten Schaden Kritischer Treffer Aha Das ist doch eigentlich so schlecht So Hi Erstmal Klaue ich dich Fenster Edelstein Magiergewand Quarz Rücken Alles gar nicht so schlecht Das Keiner mitnehmen Das hier Kann jemand mitnehmen Physische Verteidigung Sinkt zwar Aber Na gut Elemental Angriffs Achso Ich kann auch nochmal kurz heilen So Schick So Wer genau bist du? Ein alter archäologischer Gelehrter Der kreuz und quer Alle Kontinente bereist Und er hat ein fröhliches Wesen Er ist körperlich Und geistig agil Und wird auch Im Alter Von Eine ungebrochene Neugier getrieben In Schriften Und alte Dokumente Analyisiert Wie kein zweiter Und auch in Sachen Linguistik Und Disch-Verfrierung Macht ihm jemand etwas vor Wie man fremde Sprachen Einziffert Aha Wenn man wie ich Die Inschriften Zahlreiche Ruinen Studiert Dann lernt man So einiges Gewöhnliche Sprachforscher Stelle ich Alle In den Schatten Okay Irgendwie freigeschaltet Und Ich kann jetzt Irgendwelche Sachen Lesen Wollen ich mich binden Oder so Keine Ahnung So Ähm Ja Vorbei Ach Patissio Was ist mit dir Nicht in Ordnung So Dann äh Hier Zurück das dann Was ist denn Der hinten kontert Der kontert was Möglichst als physischen Angriffen Garantiert auszulegen Ausleugungssysteme Dann äh Man muss immer so Ah schade Hm Aber weg Zwei weg Oder so Hier Wir gehen Das ist Okay Das ist Das ist Das ist You're going to take fun? So, die Insel war ein bisschen größer als ich eigentlich erwartet hatte, als ich plötzlich noch so weiter ging. Nach oben und halt ein bisschen nach unten, aber hat alles mit der Brücke eigentlich so. Ich hab meinen Plan. Da. Hier! Yeeha! Hier geht's! Wut! 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 Ich darf jetzt schon über Level 50 bin, glaube ich. Oh, Level 60 schon. Äh, warte, die Skubidil ist ganz schön stark. Kann ich ja noch sagen. So, ich möchte nochmal speichern. Nehmen wir jetzt unser Schiffchen. Wollte ich gerne, wenn die auch gelten würden wäre. Dann brauche ich eigentlich ein paar T-Shirts, dann ist das nicht so. Ah süß, nein, Schaden. Ja. 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 Jetzt ist das für mich. Ach, der Bogen bringt doch gar nichts. Er könnte auf Axe wechseln sein. Das war ein guter Alter von ihm. Ah. Das Schwert schweckt ja. Ah. Oh shit. So wenig fehlt noch. Auf sie. Gut, dann haben wir die ja auch schon mal gecleared, sag ich mal, die Insel. Irgendwann wird es noch mehr geben. Aber ich muss, glaube ich. Na toll. Das ist dieser Stadt hier. Das sieht schon ziemlich korrekt aus, dass es so viel Technik ist. Hier geht's. Was zu tun, was zu tun, was zu tun. Was zu tun. Was zu tun. Was zu tun. Oh, was zu tun. Timalier平台 ist normal. Und zwar ist es, dass wir grundsätzlich meinem Hardy. Aber ich audi. Bye-bye. Ah, geht doch. Ich schätze 62. So, ich glaube, das ist die Insel. So, aussteigen. Isla de Roque. Ankerplatz. So heißt das eben sogar. Gefahrenstufe 45. Da kann ich nicht reden. Moment, hier ist die Gefahrenstufe. Oh. Selbst wir wären hier in den Raum gegriffen. Wahrscheinlich erst die Kinderstadt selbst nicht, aber auch A. Das ist wie für erstige Viecher. So eine Schwäche. Durch. Nö. Let's go. Funken. Auch nicht. Das war ja Zufall. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das heißt, ich habe nichts Effektives drin. Das ist schön. So. Warte. Bochen. Dann müssen wir direkt in den Finisher setzen. Ja. Oh, ich kenne mal Wind. Nö. Ich kenne die Wind. Ich kenne die Wind. Irgendwas, vielleicht werden sie es schon gehabt haben. Der Hafen wird schwer bewacht, uns ergibt nichts. Ich möchte gar nicht so groß rumlaufen, solange noch eine Standstufe ist. So, ich kann hier noch rechts runter, das will ich auch erstmal tun. Na klar, ich kann da nicht wieder weg. Wow, was geht hier? Mit Echsen? Mit Drachen? Nee, das ist Echsenkönig. Ah, doch Echsen. Oh. Aha. Oh, das Ding ist aufgeschickt, das war schon klar. Okay, sie vielleicht auf sie was anderes schicken sollen. Nein. So, dann äh. Oh, nein. Oh, ich bin tot. Geht mir auf. Oh, nein. Schallanzer hat ja eine Schwäche. Warum auch so? Ich kann doch gar nicht so gut an. Ah, fast noch nicht. Ähm, ich bin auch noch nicht. Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nix. Der meiste Schallen ist ja noch nicht an. Ah, verrückt. So. So. Wir sind schon mal weg. Ah, ein bisschen Money. Kann ich nicht auf? Doch, kann ich. Dann wird bestimmt noch mal was versteckt sein. Ich hab nix. Ich hab nix. Hier. Irgendwann. Und Echster. Vielleicht schwerter noch. Wow. War da noch mehr Schaden. Schöner Hei. Was zu tun. Ah. Schwerter. So. Das ist schlecht. Let me get that. So. Mein Turn. Ich hab das aus. Mal. Ich hab das klärt's. Ich hab das gemacht. Ich hab das mal gemacht. Ich hab das mal gemacht. Ja. Der sagt schon mal nichts mehr. Der ist auch gebrochen. Wer ist auch glücklich. Ich denke, ich kann den Chat wieder aufbauen. Hops. Ja, Schuss. Okay. Der Intruder hat aber gar keine Schwäche. Ist okay. Äh, ja. Das kann er. Axt. Acht Stärke. Wieder auf alle. High Sturz. An sich nicht schlecht, glaube ich. Lass es mal. Da axt hat sie selber. Da brauchst du nichts anderes. Aha. Leuchtende Kette. Äh, Ausweichung ist 80. Okay. Interessant, was man so alles verstecken kann. Oder wie sie es verstecken. Oh, niedlich. Ähm. Hier ist ein Puff für dich. Das Ding ist niedlich. Ja, ja. Ist mir egal, was du machst. So. Drei. Oh. Mega. Ich will nichts. Piep. Acht Schaden sogar. Wow. Thunderbirdie. Eins. Ist ein Unterschied? Da hat sich ein Dreh schon kassiert. Eis. Das gibt's eigentlich nicht. Das gibt's eigentlich nicht. Das gibt's eigentlich nicht. Ballwurf. Ah. Bist du nicht? Was? Ja. Drei. Ich kann das nicht. Hubert, wenn du. Ich hatte keine Anzeige, nur die. Das wird dichepotend. so wenn ich noch nicht darf dann wäre es echt super Granger? Panzer? Ah, super. Okay. Shit darf vielleicht nochmal. Ach, ich hätte pusten sollen. Mist, ich bin dumm. Ganz mir egal. Wieso fliegt der? Oh, ich habe so viel drauf gehauen jetzt. Oh, glaube ich jetzt ja nicht. Ärgert mich das. Warum ist er abgehauen? Wurde den kleinen Harben. Wurde, bis das passiert. So, gut, jetzt wird noch ein Kampf kommen. Dann machen wir aber erstmal Schluss heute. Und ja, statt nochmal beim nächsten Mal seiner Mission, also nicht so richtig. Ich sitze den ganzen Klamm drumherum. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.